Hey Leute, ich bin's wieder, und heute prank ich einen Freund von mir. Let's go. Und ihn pranken wir heute. Hallo? Ja, hi, ich hab schon mein Intro gemacht, wir können das YouTube-Video aufnehmen. Hast du mich gehört? Nein, oder? Nein, ich hab dich geschummt. Okay, boah. Also Leute, ihr wisst, was wir heute vormachen, er ist, ähm, sagen wir so, ne Gefahr. So, kommen bitte, sehen mal die Leute, was ist in der Keller drin. Und ich weiß das nicht, wie das ist eingefallen. Leute, Schatz, da waren einfach Kommando-Blöcke im Keller drin. Und wann geht es an? Hä? Ist jetzt, ist jetzt einfach weg? Ja eben, ja, die hab ich kaputt gemacht, Junge. Tim, bleib im Haus, okay, es regnet noch immer. Regen ist kein Problem, aber Gewitter ist schon... Ja, warte, es kommt, ich höre immer wieder Gewitter. Bleib lieber im Haus. Okay, ich baue meine Boden, fertig. Kannst du bitte mir eine Tür rühren? Hm? Kannst du mir die... Kannst du mir die... Türe, Türe droben? Ja. Kannst du mich da hinbauen? Ja, warte kurz. Ich baue dir jetzt eine Tür hin, Leute. Wir bauen jetzt eine Tür hin. Und ja. Hier, bitte. Wo ist es? Hier. Ich gehe in meinen Keller, ich baue meinen Keller fertig, okay? Und ich schaue, ob da noch mehr solche sind, okay? Geh nicht runter, komm und geh rauf wieder. Keine Patsche. Günther. Kannst du mir Essen geben? Ja, warte, komm mit rauf. Junge, du kannst jetzt nicht mehr rauf, gell? Das weißt du eh, wieso kommst du nicht mit runter? Jetzt muss ich dir warte, ich gebe dir kurz kreativ, dann kannst du rauflegen, aber du bleibst jetzt oben, okay? Dann lass mich einen Kurs, noch was machen. Ja, dann mach selber mal ein Haus und bleib da, okay? Warte, mach dir wieder überleben. Nein, nein, ich will mir erst mal Bette holen, okay? Ja, dann hol dir ein Bett, aber beeil dich. Also Leute, ihr wisst, was ich heute vorhabe. Ich habe meine Sachen jetzt gelöst. Weißt du was, ich klopte einfach jetzt ein Bett, okay? Weil das dauert mir zu lange. Nein, ich habe jetzt schon ein Bett gekloppt. Ich hole mir die Rude jetzt nur doch... Ich habe dich schon ein Bett gekloppt. Warte, warte, ich sag dir gleich, wann kannst du das? Ich mache dir jetzt überleben, okay? Nein! Was denn? Ich muss doch jetzt was holen. Was denn, sag mir, ich hole es dir. Bitte, ich bin... Ich bin hier der Chef. So, ist auch alles jetzt für mich geholt. Ja, okay. Also, jetzt kann ich dich wieder in Überleben. Leute, wir gehen mich jetzt wieder in Überleben. Tempich, ich baue noch was, okay? Du kommst nicht runter, okay? Aber sonst stirbst du wieder. Tappen wieder weg. Tüschung. Ja, mach dich putzen. Ich glaube, ich habe ein Haus gebraucht. Hm. Ich habe Anbus eingebaut. Was hast du? Ich habe zwei Anbus. Cool. Okay, das ist schwer zu behalten. Was? Es ist ein Wiergewitter. Hä, wo? Alter. Günther, komm, wir suchen dir ein anderes Haus. Komm mit. Ich habe keine Böcke mehr. Ja, ich kann die Racket robben. Nimm dein Bett mit. Was denn stirbst du noch? Ich habe eh dein Bett mit. Alter. Dauer, Mama. Jäger. Hä? Junge, ich, warte, ich hebe deine Sachen auf, okay? Ich habe keinen Bock mehr. Temp, Temp, warte, 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 Temp, hör mal zu. Temp, hör mal zu. Temp, komm mal her. Wo bist du? Warte, ich mache dich wieder kreativ, okay? Temp, es war ein Prank. It's a Prank. Ich habe an der und in das Gewitter gemacht. Jo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das ist...